Ich habe es geschafft. Der Mitgliederbereich ist nun aufgeschaltet und unter dem Video siehst du jeweils eine Schaltfläche Mitglied. Da kannst du draufklicken und dann wirst du da informiert, was dich da alles erwartet. Ich habe jetzt mal zwei Bereiche gemacht im Mitgliederbereich und das soll sich einfach an alle richten, die sich kreativ austauschen möchten, die ein bisschen tiefer in die Materie vom Pulp eintreten möchten oder eben nicht die Möglichkeit haben, zu mir ins Atelier zu kommen, um einen Kurs zu besuchen. Im ersten Bereich kannst du mir alle Fragen stellen rein und Pulp, die werde ich dir sehr gern beantworten. Und du hast da noch mein Grundrezept, wie ich die Pulp herstelle und das erkläre ich dir hier Schritt für Schritt. Und natürlich gibt es da eben den Austausch mit anderen Kreativen. Im zweiten Bereich hast du alles drin, was im ersten Bereich ist, plus exklusive Videos. Also hier werde ich dir auch immer Schritt für Schritt zeigen, wie ich meine Sachen herstelle. Zudem hast du die Möglichkeit, dich hier einzubringen. Du kannst deine Wünsche äussern, was du sehen möchtest und was ich zeigen soll. Und dann werde ich hier auch ein Video machen, wo ich alles Schritt für Schritt zeige. Im Monat werde ich hier zwei Videos hochladen und dann würde ich sagen, es bleibt uns nicht anderes übrig, um zu starten. Klicke da mal drauf, schaue es dir an. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dabei bist. Und zudem kannst du natürlich auch meine Arbeit unterstützen und die Zeit, die ich aufbringe für diese Videos. Also ich würde mich sehr freuen, wir sehen uns sehr bald wieder. Alles Gute. Tschüss. Klicke da mal drauf, schaue es dir an. 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 Vielen Dank.